Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Overwatch. Wir spielen mit Lucio. Als Unterstützer. Das war nicht gut aufgepasst von mir an der Stelle. Gegner hat den Punkt. Natürlich hat er die Ulti an und ich kriege einen Hammer auf den Kopf. Das ist natürlich Puh, 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 Puh. Viele Squishy-Charaktere. Wer wird miss- what the fuck? das war mein gruppe schilden hier hier derzeit locker junge locker junge jetzt kann ich ein bisschen härter wie finde ich lucio er macht ganz spaß eigentlich aber es gibt deutlich bessere gila aber für den modus hier für den modus hier allein durch den speed boost maximal geil ja zumindest machen wir ein bisschen was hier also wir geben uns hier nicht kampf was geschlagen sein schritt ist ziemlich daumen gerade die ulti am zünden wollen wenn es natürlich was man sagen muss aber die unterstützungshelden sind relativ easy zu spielen die meisten zumindest sind wir hier und sobald an gegner push kommen sollte wahrscheinlich kommen wird aber schild war instant und wie schlecht wollte ich sagen habe ich meine uns aber nicht so gut geklappt wie er hofft ehrlich zu sein natürlich wort wir waren direkt dran das ist bullshit das ist bullshit wir waren mehr oder weniger waren wir da naja vielleicht kriegen wir die zweite runde mal gucken erstmal ein bisschen speed für die gruppe hier alle kommen sie auf rechts jungs wake up hmm bett mir verdammt nichts man überlebt da drin aber auch nicht mein team überlebt da drin halt auch nicht das ist das zweite problem also nicht hier wurde da getroffen aber natürlich kommt da die ulds kleine noob ulti da und schon jung ist wir müssen dann mal langsam aber sicher was einnehmen ein kleines schildchen hier geben warum alles gut dann kommt die ulti natürlich rein beziehungsweise holt euch den weeper und so einfach kriegst du mich nicht so geil das müssen wir doch jetzt mal hier drauf haben das zu gewinnen zweite runde sieht auf jeden fall gut für uns aus noch noch verlängerung einfach nur die leute raushalten aus dem kreis das war nice da noch mal raus geschoben bevor er die verlängerung verlängern kann hört sich lustig an aber ist natürlich ganz cool aber nicht schlecht aber ich glaube das ist der punkt den ich jetzt am wenigsten mag hier sogar let's go guys obwohl ich mit lucio eigentlich hier ganz gut die leute runter schützen könnte einfach hier mal rein und rein hat es schon mal weg ja mein team ist halt hier das ist mein team stellen uns natürlich schön wie sie den punkt eingenommen und jetzt nur noch irgendwie defensiv halten und ein bisschen da rein spammen was ich ja hier finde ist man darf sich einfach nur nicht rausziehen lassen dann funktioniert das einigermaßen gut sobald man sich rausziehen lässt in den kampf geht nach vorne und den spotter weglässt ist es immer so ein bisschen kritisch ich finde am besten spielt man das hier halt echt defensiv aus das erfragen ihn habe ich weg Jetzt haben wir einen Ulti geblockt hier. Er hat echt eiskalt meinen Ulti geblockt, das Schweinchen, indem er mich ranzieht. Das war fies. Aber nice play von ihm, also das muss man ihm natürlich lassen. Nein, Team. Der Heal kommt. Boom, Schild. Und wir haben es tatsächlich noch gewonnen. Nach der ersten Runde. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.